Ich bin Marie-Kathrin Tickes, ich bin Bio-Landwirtin und ich fühle mich verantwortlich für den Verbleib meiner Kälber. Für unsere Milchproduktion müssen die Kühe jedes Jahr ein Kalb bekommen. Die Kälber werden bisher ins Ausland verkauft, in die konventionelle Mast. Wir möchten das gerne ändern und unsere Kälber behalten und selber mästen. Deswegen haben wir die Initiative Geschwisterkalb ins Leben gerufen. Wir behalten alle unsere Kälber, männlich und auch weiblich, und ziehen sie nach Bio-Landrichtlinien groß. Unsere Produkte werden regional vermarktet und 100% transparent. Jeder kann herkommen und sich von unserer Haltung selber ein Bild machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.